Musik Also wir haben jetzt genau zwei Uhr am Morgen und es ist unsere sechste Nacht, in der wir uns hier befinden auf der Seebühne in Mörbisch und eine Beleuchtungsprobe haben, das heißt wir hatten bis jetzt sechs Beleuchtungsproben, jeweils von ca. 22 Uhr bis, naja, bis die Sonne aufgeht, so circa um halb fünf Uhr in der Früh. Noch sind wir allen guten Mutes, ich habe gerade einen Energydrink hier bei mir und so werden wir jetzt gleich in die nächste Runde gehen, die Pause ist beendet und wir werden ganz ganz tolle Bilder machen, die Sie dann hoffentlich in Mörbisch sehen werden. Musik 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 Ja, ich staub, ich gebe mal in 600 Ticsolo weg, dass ich weiß, was da ist. 605 gibt es mir jetzt da. Meine Aufgabe ist es, die Kommandos, die Szenen zusammenzustellen, verschiedene Looks auf der Bühne zu kreieren, gebe das weiter an die Programmiererin. Die Programmiererin tippt sie ins Pult ein und dann werden die Szenen gespeichert. Wir haben in Summe sechs Beleuchterproben, wo jede Nacht von zehn Uhr abends bis um fünf Uhr früh durchprogrammiert wird und es ist dabei der Bühnendesigner, der Regisseur und der Inspeziente und meiner Wenigkeit und natürlich die gesamte Beleuchtercrew, die mit vollem Einsatz die ganze Nacht bis in die Morgenstunden hier arbeitet. Musik 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 Jürgen, kann ich kurz mal auf Solo ticken? Bestellt dich das oder musst du kurz verschauen? Geh mal einfach an, bitte kurz Nein, es war kurz vor Geh mal einfach an, bitte auf 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 Geh mal einfach an, bitte auf